Musik 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 Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Human Fall Flat. Wir sind im Wald. Ja, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ach, ich lasse dich runter. Autofahren! Ich will einschalten. Auto! Immer nach vorne fahren, immer nach vorne fahren. Da ist ein Zaun, stopp! Das zeigt, glaube ich, die Versicherung nicht. Scheiße. Volle Kraft voraus! Rückwärts gehagen! Mit Schallgeschwindigkeit! Nee, 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 nee. Ah, stopp! Guck mal, da sind wir! Hm. Interessante Map. Guck mal, das ist bestimmt ein Ort zum Spanxi-Dumpen. Aber da ist kein Faden. Okay, ich drücke ihn hier auf. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Kommen wir da nicht durch? Hm, die Türke ist irgendwie auf. Na gemein. Äh! Ha! Äh! Ich kann mich nicht hoch... Äh! oh mein gott ich hab das geschafft ich bebruch ja bist du ich hatte den boden fest was siehst du erzähl mir wo bist du denn ich sehe wahrscheinlich stromverbindungen wie es aussieht Ja. Ja, ein Kabel. Ich versuche, hinzukommen. Oh, da oben ist ein rotes Kabel. Da oben ist es. Schiebe! Schiebe! Au! 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 Die springen können einfach Mann! Zieh dich hoch nochmal? Oh! Aber das kann doch nicht der Weh sein. Haben wir eine Kiste oder so? Weil irgendwie passt das ja nicht. Ja, eine Kiste haben wir nicht. Oder irgendwas anderes vorhin? Hm. Dann muss ich ja da oben hin. Oh, das ist ein Lagerfeuer. Dann das Lagerfeuer geht. Oh, ich mache jetzt ein Marshmallow im Lagerfeuer. Oh, lecker schmecker. Mh, lecker schmecker. Errungstift. Schau mal, Hanni, ich bring dir einen grauen Marshmallow mit, der war vorher noch weiß. Es ist grau. Mh, danke schön. I think. Ich denke, das Lagerfeuer nicht. Äh, G, E, 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 U, E, E, E. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Oh mein Gott. Du hast eben noch gesagt, du bist ein Pro, oder? Ja. Nee. Wäre ich ein Pro, hätte ich das schon links fertig. Hier, putt, 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 putt. Hier, putt, putt. Na gut, da bin ich ja auch kein Pro, aber ich habe es gar nicht geschafft. Nice. Nice. Nur aufpassen, dass ich keinen Schlag kriege. Ja, dafür ist der Bauarbeiter da, der guckt dir dabei zu und der passt schon auf, dass nichts passiert. Äh, das Ding ist nicht dicht genug dran. Aber das steht auch ganz schön mal. Ihr könnt doch kein Video nachherquetschen, wenn ich mich umkümmere. Sing das Wagenfeuerlied. Finish talk. Nein, nicht für die Spettacke. Ich hab sie. Tschüss. Tschüss. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier hinkomme. Wow, okay. Krass. Heftig. Richtig heftig. Okay, Hanni ist am Arbeiten hier. Kannst du mal das Stöckchen reinstecken? Weißt du, du musst das festhalten, okay. Bitteschön. Bitteschön. Oh. Oh, Buggy. Oh, ein Reiseil. Da war eine Lücke. Ja. Au. Ob das so... Ja, ich will mich ranhängen. Ich will mich ranhängen. Ja. Abrisstrupp. Hallo, stopp hier. Hier, hier, hier. Hallo. Oh. I came in like a wrecking ball. Now I'm a awesome. Okay, warte. I don't wanna break your wall. Whatever it was. You wreck me. Okay. Ah, Aua. Vielleicht muss ich mich weiter oben anfassen. Irgendwie. Wuuuuk. Sein Ernst. Ey, mach deinen Scheun. Diesen. Ja. Noch nicht diesen. Okay. Ey. Ich hab immer gesagt, ich bin der Arsch, hallo. Dankeschön. Oh mein Gott, das hat weh. Oh. Aua. Gut, dass wir es gemacht haben, würde ich mal sagen. Ich sag's ja immer wieder. I came in like a wrecking ball. I came in like a wrecking ball. I came in like a wrecking ball. Warum ist er plötzlich so nah rangezogen? Nein. Wie sie ja drüben schon mal wieder Progress machen ist. Mein Gott, ne. Ich bin grad runter gefallen. Ja, ich mach sehr guten Progress. Okay. Ich helfe dir. Äh. 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 Gereicht. Gereicht. Oh. Dieses manchmal reingezoomen ist irgendwie bisschen weird. Ja, find ich auch. Wie. Oh. Oh. Was passiert? Nichts. Weil du pfff machst. Darf ich nicht? Mmmh. Mau. Oh Gott, das schwingt so weit Ich glaube, das kommt nicht nochmal zurück Ach, schade I tried it Best Ich weiß es nicht Ich weiß es trotzdem Ja Hä, von wo sind wir jetzt auf ein Darts-Milie gekommen? Können wir nicht tragen, okay? Mhm, okay, okay, okay Da unten ist eine Axt Bucky Ich glaube, du musst mit der Axt spielen Warum? Ich habe bestimmt eine Rundschaft Nee Nope Ich habe sonst noch einen Rundspunk Einfach umsonst runtergeschwungen Warum redest du eigentlich? Was machst du gerade eigentlich? Ich überlege gerade Du bist hinten schon Lol Theoretischerweise müssen wir da hinten rüber Da hat sich ein Wassertang Kann ich machen mit ihm? Wassertang, meinst du, oder wohin? Na Hier, guck mal Hier, da, darüber Weil dann geht es über diesen Wasserrad oder so Rüber zum Flugzeug Aber ich frage mich Wie wir da rüberkommen wollen Sind wir drunter, genau Meinst du, das reicht? Ja Das Haus hat da nichts zu bieten Mit meinem Wasserrad jetzt hier Kommst du hier hoch oder nicht? Ja Okay Oh man Flugzeug Oh mein, können wir das flusig fliegen? Warte Warte auf mich Ja, ja Ich gucke mir das Flugzeug schon mal an Wow Kommt uns gut Zumal, dass wir das fliegen Obwohl Ach Warte Du musst erst das Links abmachen Musst du am Baum Musst du dir noch lösen, ne? Ne, das wäre relativ egal Glaube ich Aua Wir müssen die ja da Zug weg haben Das ist das, ne? Ja Komm hier nicht hoch Pinnig mal deinen Arsch hier Ach ich bin zu weit und sind viel zu weit glaube ich so zu weit doch gar nicht zu weit oder so wahrscheinlich damit es nicht mehr nach hinten rutscht ich habe gedacht ich glaube nicht dass wir da hätten damit fliegen können aber cool gewesen das ja ich hab die hoffen schütze dazu weißt du klar jetzt bin ich hier unten gelandet wo bist du gelandet bin ich ein wieso den wagen umgekippt wir brauchen hier stromkabel also ein stromkabel liegt hier na gut dann gehen wir jetzt mal darüber wenn ich nicht weiß wo das angeschlossen werden muss also hier ist ein aufzug das ist das da wo ich im hochgefahren bin lag unten noch ein kabel ich glaube nicht aber ist ja die frage generell die freiheit wo das anschließt weil nur das kabel zu haben da nie wo das anschließen müssen oder an dem komischen wagen den du da eben tattest der hat aber kein anschluss kein anschluss unter dieser nummer da ist ein blaues kabel da auch neben dem zelt ja das müssen wirklich darum hoch noch ein stück ich hatte unten fest nicht im kippt ja 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 ja